In Sachsen tickt die Lockdown-Uhr. Die Chemnitzer stürmen die Läden, um noch schnell Geschenke zu kaufen. Und auch hier in Leipzig drängen sich die Last-Minute-Shopper, bevor am Montag alles dicht ist. Jetzt wissen wir, es schließt, dann zack rein in die Stadt und es ist ja auch super voll. Weil ich lieber in Geschäften einkaufe, statt im Internet zu bestellen. Letzte Chance schon quasi. Neben Sachsen hat Thüringen einen klaren Termin. Ab dem 19. Dezember müssen die meisten Geschäfte schließen. In anderen Bundesländern wird über Schließungen erst nach Weihnachten nachgedacht. Gefährlich, findet das Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Wir müssen sofort die Geschäfte schließen. Also dass man jetzt sagt, wir nehmen das nächste Wochenende noch als Verkaufswochenende mit. Zum Beispiel, das halte ich für vollkommen unvertretbar. So sehen das auch immer mehr Landeschefs. Am Sonntag soll beraten werden, sofortige bundesweite Schließungen, ja oder nein. Für den Handelsverband Deutschland wäre das ein Schock. Der Einzelhandel sei dank Hygienekonzepten schließlich kein Infektions-Hotspot. Aber wenn Schließungen, dann allerhöchstens? Nach Weihnachten, damit es noch einen geordneten, normalen Weihnachtseinkauf geben kann. Bei jetzt so schnellen Entscheidungen gibt es auch Panikkäufe. Ein Chaos letztendlich dann halt auch, das wir natürlich verhindern müssen, damit es hier nicht zu Infektionen und zu Ansteckungen kommt. Aber ob Shopping-Lockdown oder nicht. Aktuelle Umfragen zeigen ohnehin, jeder Dritte will seine Geschenke dieses Jahr ausschließlich online kaufen. Jetzt bekommen wir noch ein布 אלiges Kinderkennen. Alright.